Rock'n'Roll Guys! So, Markus testet jetzt auch für euch die neue J-Custom RG 8570, ein wunderschönes Instrument, ja, schaut's euch an, Markus! Shawn-Guitar. Es ist eine absolut fantastische Gitarre, eine beurte Tone, eine beurte Inlage, es ist einfach eine beurte Gitarre hier in Rockland, in Witten. Kommt und unterstützt eure lokalen Musik-Store. Schaut euch das, Baby! Musik 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 Vielen Dank.